Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit dem neuen Mikrowechselrichter EW, Electronic Way Technology Corporation. Kanntet ihr noch nicht vorher? Kannte ich noch nicht vorher? Ist ein neuer Player auf dem deutschen Markt und war mir eben bisher auch völlig unbekannt. Ich habe das Gerät als einer der ersten in Deutschland zugeschickt bekommen und lange getestet und mir auch überlegt, ob ich ein Video davon mache oder nicht. Tatsächlich mache ich nur dann Videos darüber, wenn ich glaube, dass das Potenzial hat. Ich teste ja sehr viele Produkte und der hier hat nichts geschenkt gekriegt. Der lag also bei mir auf der Terrasse. Daran angeschlossen waren zwei 540 Watt Solarmodule. Das Ding hatte zum Schluss in der Sonne und ohne dass hinten die Temperatur weg konnte. 60 Grad hat aber weiter funktioniert. Also temperaturstabil ist der. Ich hatte ihn auch offen, um zu gucken, sind da Relais drin. Erstens er klickt, zweitens er hat zwei Relais. Die funktionieren aber ein bisschen anders. EW hat da ein Patent drauf. Das eine Relais, das schaltet eben schon gleich ein, sobald DC-Spannung anliegt. Und dadurch habt ihr weniger Relais-Bewegungen, wenn mal im Verlauf des Tages irgendwie die Sonne weg ist. Das schont das Relais und deswegen soll das Relais ziemlich lange halten. Das zweite ist, der hat WiFi, ist ein relativ günstiges Produkt im Markt, ist auch sehr leicht. Der ist nämlich nicht voll vergossen und trotzdem wird er seine Hitze los. Warum? Weil alle Komponenten darin, ich hatte ihn ja offen, wirklich mit Thermomatten bestückt sind, sodass die Temperatur direkt von den Bauteilen an das Gehäuse abgegeben wird. Und ihr seht ja, der Kühlkörper ist ziemlich hoch und gut verrippt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für ein gutes Thermodesign, wenn die so sind. Und auf der Rückseite ist er einfach glatt. Und da lässt sich nicht so viel zu sagen. Ist halt verschraubt. Für mich war das natürlich super. Ich konnte den super einfach aufschrauben. Der ist dann zwar leicht verklebt gewesen und hat noch eine Gummidichtung, aber der ist auch jetzt nachher noch wasserdicht. Und tatsächlich wurde der nicht bei mir geschont. Die Abschaltzeit war soweit okay. Ich kann das ja hier bei mir messen. Ich habe da einen Oszilloskop mit Strommesszange und mit Spannungsverlauf. Da kann ich das gegenüberstellen. Also der war im Rahmen beim Abschalten und hat eben ein paar Wochen lang, immer jetzt bei dem heißen Wetter, zweimal 540 Watt-Module verdauen müssen. Das heißt, er lief ziemlich lange auch am Limit mal tagsüber und hat da gar keine Probleme gemacht. Ja, er hat WLAN und wieder mal eine eigene App. Und tatsächlich ist er natürlich VDE-konform, hat alle Vorschriften und einen Battery-Anschluss. Das wird für viele von euch noch interessant sein. Die Batterie ist ja sehr weit verbreitet. Die sind sehr günstig zu bekommen. Und da ist es natürlich schön, dass man nicht alles neu braucht. Wir blenden jetzt mal hier einmal das Datenblatt ein. Könnt ihr einmal schauen. Genau. Und ganz wichtig ist dann dieser Barcode im Verlauf. Da gibt es also eine eigene App zu. Die App heißt EasyPV. Und das ist relativ simpel gemacht. Ich starte jetzt mal hier meinen Bildschirmrekorder. Dann gucken wir da mal gemeinschaftlich rein. Gut, wir sind jetzt also hier schon in der Übersichtsseite. Da seht ihr, meine Anlage heißt Markttestet. Dann seht ihr die Stromerzeugung heute. Die war nichts, weil ich hatte ihn heute offline. Den ganzen Tag habe ich mir jetzt schon ein paar Tage auch hier offline. Und dann seht ihr hier mal so eine Tagesstatistik zum Beispiel aus dem Monat. Und was er insgesamt geleistet hat dieses Jahr. Das ist auch nicht korrekt, weil das ist das zweite Gerät. Das erste Gerät habe ich, nachdem es ziemlich lange in der Sonne lag, auseinandergenommen. Und dann musste ich mir eine neue Anlage konfigurieren. Also hier sind nicht mehr so viele Daten drin. Ja, dazu könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr hier auf die Anlage geht, auch weitere Geräte hinzufügen. Das geht hier oben über Mikrowechselrichter hinzufügen. Und dann scannt ihr nur diesen Barcode. Und ja, das war es schon. Dann ist der dazu gefügt. Im weiteren Verlauf gebt ihr einfach nur euer WiFi an. Und ja, dann ist der drin im WLAN. Also das kann man nicht mehr viel einfacher machen. Und von daher Bedienung gut. Die Übersichtlichkeit der App, denke ich, ist auch gegeben. Ja, da ist jetzt keine große Spielerei drin. Aber das ist schon okay. Ja gut, es gibt im Prinzip gar nicht so viel zu sagen zu dem Gerät. Und außer, dass es relativ günstig in den Markt kommen wird. Ich versuche euch mal, bis das Video erscheint, unten einen Link in die Videobeschreibung zu stecken. Und dass ihr wenigstens sehen könnt, wo ihr den bekommt. Aber wie gesagt, die sind noch gar nicht so richtig verfügbar. Ich bin einer der Ersten, der den jetzt bekommen hat. Wie gesagt, es könnte sein, dass sich die Farbe noch ändert. Der Aufkleber wird sich auf jeden Fall noch ändern. Und ja, Anvisiert ist ein relativ günstiger Preis mit WLAN. Gut, ihr habt da nicht viele Spielereien drin in der App. Aber ich denke, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Wer also einen günstigen, gut verarbeiteten und robusten Wechselrichter sucht, der ist sicherlich ganz gut bedient, sich das Gerät mal anzugucken. Zwei MPPT-Tracker hat das Gerät. 800 Watt Dauerleistung ohne Probleme. Hat also nicht runtergeregelt. Und ja, mal was anderes, abseits von den ganzen Wechselrichtern, die wir schon kennen. Ja, das ist ja wie gesagt der zweite. Der geht jetzt hier demnächst wieder in Dauertest bei mir. Den ersten habe ich leider beim Auseinandernehmen dann doch zu gut auseinandergenommen. Man hätte ihn wieder zusammensetzen können, aber ich wollte auch ein bisschen tiefer reinschauen. Und ja, gut ist dabei. Man könnte die Geräte reparieren. Also der ist so aufgebaut, dass der reparabel wäre. Von daher ein ganz gutes Gerät. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt mal ganz viel in die Kommentare, was ihr von dem Gerät haltet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Mark testet. Bis dahin macht es gut. Tschüssi.